Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Server Let's Play von Minecraft Pixelmon. Ja, diesen Pixelmon Server habe ich gegründet und ihr findet auf meinem Kanal die Ankündigungsvideos und News und so. Aber ja, wir wollen jetzt ein Let's Play machen und dazu erstellen wir uns eine neue Welt. Und wir machen das Projekt Together, also es können immer wieder Spiele dazukommen, die auch Lust haben zu Let's Playen. Und diese Welt wird mit anderen Let's Play geteilt, also Spiele die keine Let's Plays machen, bitte nicht in diese Welt gehen, damit wir dort in Ruhe Let's Playen können. Okay, wir werden eine Welt erstellen, wie gesagt, die nennen wir LP World und machen sie Amplified oder wie das heisst. Und hoffentlich wird das auch angenommen. So sollte das sein. Nein, es ist nur normal, netto und end. Schade. Ja, dann machen wir einfach eine normale Welt. Also man kann es dann noch einstellen. So, jetzt wird die Welt generiert und wir können dann in Ruhe dort ein bisschen Let's Playen, bis dann die anderen kommen. Emodam wird dann mal noch mitmachen, das ist der zweite OP. Und auch vielleicht noch andere Leute. Und ja, wir werden dann gespannt sein, was wir so für Projekte umsetzen wollen und können. So. Und wir sind jetzt hier gespawnt. Wir haben ein Pokécenter hier. Leider können wir noch nicht einstellen, dass hier Pokémon spawnen, aber wir werden es so bald wie möglich wiederholen, also wieder reintun. Und deshalb gehen wir einfach die Pokémon sammeln in den alten Welten, also in der Spawn-Welt. Okay, ich muss den Game-Mod noch ausmachen. Nicht eins, null. So. Okay, dann haben wir hier schon mal ein Loot. Und ein Thunderstone, also ein Donnerstein. Okay, ähm. Ja, es sind zwei noch online. Lasst euch bitte nicht von den Chat-Nachrichten stören. Aber ja, ich kann es auch nicht ändern, momentan. Ich bin auch noch in den Kinderschuhen beim Server erstellen. Es wird sich alles noch recht schnell hoffentlich ändern. Ähm, ja. Damit es dann ein bisschen besser wird. Aber ich hoffe, es gefällt euch schon mal. Ähm. Ja, das hilft uns nicht so weiter, dass im Pokémon Center ohne Kistengeräte und so. Also. Ähm. Tauschgeräte vor allem. Wir jetzt jetzt hier mal ein bisschen Holz sammeln, damit wir eine Kiste herstellen können. Und meinen Loot, den ich hier äh, von der anderen Welt noch mitgenommen habe. Abzusetzen. Ah, ich weiss, was ich mache. Slash, ähm. Home. Villa. So. Ich lege es einfach in die Kiste. Und der Sound, äh, die Musik ein bisschen leiser. Ja, toll. Ich muss was kraften. So. Doppelkiste. Der Loot mache ich mal hier hin. So. Dann haben wir alle Sachen, die ich nicht in dieser Welt Ding, äh, gesammelt habe, rausgenommen. Und jetzt kann ich wieder mvtp, ähm, epwalt. So. Also. Noch kurz heilen. Wichtig. So. Jetzt können wir beginnen mit dem Holzfällen. Auch bei Pixelmon ist das wichtig. Oh ja, und die, ähm, Pixelmon werde ich außer Skyter werde ich sie, ähm, nicht benutzen. Also, dann austauschen mit einem, bei einem PC. Und, dann nur die benutzen, die wir auch im Let's Play trainieren, sammeln und so. So, jetzt haben wir genug Holz für die ersten Sachen. Machen wir uns eine Crafting Bench, einen, ähm, einen Werkzeugtisch. Oder einen Craftingtisch. So, daraus machen wir uns wie gewohnt eine Holz Pickaxe oder auch Spitzhacke. So. Und schauen mal zur ersten Höhle. Ob es auch Kohle gibt oder so. Irgendwo muss hier eine Höhle sein. Meistens sind die dort, wo es Erde hat. Die kann man, glaube ich, auch nicht gut abbauen. Doch. So. Die macht, äh, baut man mit einem, mit einem, mit einem Spitzhacke ab. Ähm, da kommt immer ein Stein raus. Ein Splitter von einem, ähm, Blattstein. So, hier können wir mal ein bisschen Stein sammeln. Ähm, gibt es nicht bessere Stellen, die man nicht so, die nicht so die Welt kaputt machen. Eigentlich wollte ich ja ein normal, äh, deutscher Server machen, also, wo nur deutsch geredet wird, aber, hä, es kommen, ja, meistens Engländer, also, von Niederlande sind Paar, und von Schweden sind Paar. Aber, ähm, äh, ja, dann steht, steht ich natürlich einfach um. Ich will sie jetzt nicht vertreiben, oder so. Die haben auch ein Recht, auf meinen Server zu kommen. Dann habe ich ihn jetzt einfach aufgesplittet. Es werden einfach Deutsch und Englisch draufgesprochen. Wenn es dann mal Probleme mit anderen Sprachen gibt, oder so, dann können wir es immer noch einrichten. Ähm, dafür wäre ich sehr dankbar, wenn jemand es gibt, der so etwas übersetzen kann. Weil das Bonn ist momentan noch nicht ganz übersetzt auf Englisch, weil ich, ja, nicht so gut Englisch kann. Ich es nie richtig gelernt habe in der Schule. Ähm, ja, weil ich ja aus der Schweiz komme. Und da, es gibt es Englisch noch nicht so viel. Ähm, ja, ähm, ähm, dann wäre ich sehr, heiße ich sehr willkommen, einen Übersetzer, der uns ein bisschen hilft. Jo, wir schauen gerade nach einer Höhle, aber wir werden leider nicht so gut häufig fündig. Hm. Ein Sumpf. Im Sumpf hat es nicht so viele Höhlen. Dann gehen wir jetzt nicht zum Sumpf. Und ja, das Let's Play und auch der Service ist momentan noch auf 1.64, weil der Pixelmon-Mod nicht geupdatet wird. Also auf die neueren Versionen. Ähm, wir werden das natürlich dann hochswitchen. Eventuell gibt es dann eine neue Welt. Also die alte wird dann noch bleiben, aber es wird eine neue Welt geben, damit ja auch die neuen Biome drin sind und so. Eventuell wird nämlich der Pixelmon-Mod dann auch angepasst an die neuen Biomen und wenn wir die nicht haben, ist das auch ein bisschen schlecht und ja, wir werden mal schauen, wie das so geht. Eventuell müssen wir mehrmals neu anfangen, aber ich hoffe, dass was solltet ihr jetzt machen? Einfach mal das Essen ohne cheaten. Drago nicht immer cheaten, das geht nicht. kurz noch hier diese Beke mitnehmen. Eigentlich könnt ihr jetzt eine Axt machen, weil wir haben einen Mod drin, der die Bäume ein bisschen schneller abbaut. Zwar nicht sofort, aber ja, mit kleinen Schrittchen. Das haben wir. Dann können wir den setzen. So. eine Spitzhacke ist zum anderen mal wichtig. Jetzt eine Axt und ja, das ist recht. Ach ja, die Monster sind natürlich an hier, aber sie erscheinen sehr wenig, also das müssen wir dann noch irgendwie enden können. Ich hätte schon ein bisschen was zum Kämpfen und irgendwie der Mod hier auch nicht, okay. Also das Plugin, ja, okay, kommen wir halt ohne dieses schnell abbaut Sex Ding oder wir fahren dann einfach in der normalen Welt. So, also wir haben da immer noch Ausweichmöglichkeiten. Ich denke mal wir gehen hier hin. Das sieht doch mal schön hier aus. und schaue nach einer Höhle. Hm. Ich muss mal ein bisschen weniger rennen, sorry. Hier ist auch noch Sumpf. Ich mag die Farben nicht mehr so gut. Vor allem von diesem Textpack sieht es aus, als würde es irgendwie verseucht sein. Das Ressourcenpack ist 1,6 Flows HD 128 X Beta. Es ist relativ modern gehalten. Wir schauen, was wir so machen. Im Moment werde ich das Textpack manchmal switchen. Ihr könnt gerne ein paar Vorschläge mir unten in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne hättet für ein TP. So Effekt-Mods, also diese ENB, nein das ist nicht bei Minecraft, einfach diese Shader-Mods genau. Habe ich nicht so gerne, aber wenn ihr einen guten, neutralen, also am besten echt aussehend wie in der richtigen Welt, im Real Life, dann könnt ihr mir gerne so einen schicken. Ich werde ihn dann mal austesten, aber wenn er übertrieben ist oder so, nehme ich ihn nicht an. Das hat einfach einen Grund, dass ich habe sehr empfindliche Augen habe und solche Effekte teilen mir einfach zu viel Schwierigkeiten, also die Augen zu müde machen, weil sie zu sehr angestrengt sind. Ich hoffe ihr könnt das verstehen, es gibt sonst noch genug andere Möglichkeiten ein bisschen Minecraft aufzuhübschen und ja vielleicht werde ich auch euch anpassen ich muss es ja da nicht die ganze Zeit ertragen oder in den Aufnahmen aber ja das könnt ihr dann entscheiden aber ich weiß was ich wollte Kohle äh Kohle ich wollte Kohle machen zum Ausleuchten ähm ich wollte Fackeln machen zum Ausleuchten so und wir holen noch mehr Kohle so leuchten wir mal aus und bauen dieses Eisen ab und hier ist nicht nehmen irgendwie ist momentan gerade flaps ein bisschen laggy tut mir leid das leuchten das ist das